Hallöchen und willkommen zurück hier bei The Universal. Mit mir, euren Rob und wir spielen endlich weiter. Ah, die Wunder des biologischen Lebens. Es ist wirklich, wirklich schrecklich. Es regnet, das ist gut. Dann müssten sich hier die Reserven auffüllen. Ja, die füllen sich auf. Einmal frei. Wupp, voll. Also können wir noch viel mehr rausnehmen. Und wir müssen dieses Ding noch vollkriegen, vorm Winter. Ich glaube, sie müssen sich irgendwie unterhalten. Sollte sie sich irgendwie sehen? Das müsste mal repariert werden. Du willst reparieren, ne? Du willst reparieren, ne? Nein, er möchte nicht reparieren. So, jetzt haben wir noch ein paar mehr Wasserpumpen. Jetzt müsste es doch eigentlich immer. Jetzt müsste es doch vorangehen hier mit dem Wasser. Damit komme ich ja wieder nicht immer Winter. Boden ist im Moment mehr Schutt als Gebäude. Selbst das Gebäude ist mehr Schutt als Gebäude. Denn das gehört dem Ingenieur. Der will mich doch verarschen, der Ingenieur. Wer soll das reparieren? Oh, der Hikual und die Hifesbell, die heiraten. Diese armen Narren. Heiraten ist schon okay. Geht schon mal. Vorratsbildung, das ist lauer Kapazität. Wo kann ich denn das Gebäude upgraden? Für den Ingenieur, dass da zwei arbeiten. Hier nicht. Bergbau? Ne. Das ist so viel später. Kann ich mir nicht vorstellen. Mathematik vielleicht. Ja, da kann ich das machen. Als nächstes dann Mathematik. Da hat jemand Durst. Hier ist einmal drin. Da ist einmal drin. Sechs mal drin, sechs mal drin, fünf mal drin. Also Wasser ist genug da. Ihr müsst es nur nehmen. Zur Not. Ich baue euch hier nochmal Wasser, wenn man soll's. Halt in der Wüste ist halt doof. Ne, da wüste wirklich kein Wasser. Hier braucht ihr nochmal Wasser. Nach einem harten Tag hat er bestimmt Durst. So, hier haben wir nichts neues freigeschalten. Wir haben jetzt nur die Grasleberei fertig. Das heißt, die Nuggets können mehr tragen. Das ist auch okay. Und jetzt geht's ans Wasserproblem. Die Forschungszeit ist erhöht. Also die Geschwindigkeit, bis wir was fertig geforscht haben, ist erhöht. Andersrum ja dumm. Kein Pharma anwesend. Da ruht sich aus. Warum? Feuerwerk los. Ich weiß es nicht, aber ich glaub schon. Entweder dieser Nugget ist eine exkruciative Schmerz oder sie haben nur eine verrückte neue Tanz gefunden. Schau mal an dich selbst, Kreator. So, jetzt wirst du sicherlich schon sehr auf der Zeit der Automation freuen. Da dauert noch ein bisschen, bis hier alles automatisiert ist. Also hier los. Keine Nahrung. Warum nicht? Weil es hier keine Nahrung gibt. Und weil es hier keine Nahrung gibt, weil hier auch keiner da ist. Warum ist sie auch nicht da? Ich brauche nur eine Farm hier. Das war doch sonst nichts. Hallo, Farm. Hier ist die Farm. Grasland. Ja, da soll es auch hin. So. Haben wir noch eine Farm. Der Brunnen ist voll. Hier geht es jetzt auch voran. Der Baufortschritt. Und die war immer mehr Hütten. Immer mehr Hütten in die Wüste. Oh, das ist das. Das ist das. Das ist das. Hier werden die Bäume gefällt. Steine geholt. Der Wahnsinn. Und wir kriegen dann später noch Steine her. Das ist die nächste Frage. Holz? Hab ich ja noch ein bisschen was. Also safe. Wieder darum ruckelt es ein bisschen. Sorry dafür. Muss vielleicht mal ausstellen. Und meine Hütten, die gehen immer kaputter. So, Wasserfluss gut. Jetzt kann ich die upgraden. Ne, kann ich nicht. Grund, acht. Abgräts. Okay, okay. Hier die könnte ich upgraden. Das machen wir jetzt mal. Aber jetzt liegt natürlich nicht. Muss halt da noch drauf klicken. Was ist das für ein Kriegshorn? Was ist das für ein Kriegshorn? Was ist das für ein Kriegshorn? Ich habe keinen Fall, aber ein Kriegshorn. Das muss ich nicht gestört werden. So, dann noch nie, dann gehen wir das für ein Kriegshorn. Und dann geht es ja kein Fall dazu. Ich meine, ich muss einen Kriegshorn. Ich habe noch ein Kriegshorn, denn ich habe, das ist in der Kriegshorn. Daher habe ich eine neue Kriege zu vervollziehen. Ich muss meine, die zwei Kumpel kam. Dass ich so Credits hätte, was ich für die Schnaufe erledigt habe. sie haben jetzt filter wochen das ist schön ruht euch ein bisschen aus genießt es kann ich alle upgraden machen wir jetzt auch alle hier upgraden alle brunnen und das jetzt nicht zu dem brunnen noch verbessern gucken wir wie die dann aussehen echsen süßigkeiten hält nur noch mit ein wenig schnur und ein paar gaugummis zusammen ja wer hat schwört die ingenieure das boden voll funktionsfähig ist okay hier können wir jetzt noch eine lange zuweisen immun immun gourmet gourmet schwach ich brauche eine mörker holle gar nicht schlecht naja dann nehmen wir erstmal ein ohne irgendwas denn wir brauchen mehr fisch die haben sich verliebt das sehr gut so muss jetzt der wirbelsturm habe ich ein glück gehabt er kam nicht zu mir das gut so wie sehen die bund jetzt aus ok sehen sie so aus so jeden fall cool gemacht ja gefällt mir mehr das spiel es hat sich auch was getan und sie die entwickler machen noch was dran es gibt ja viele spiele wo mittlerweile dann alpha und dann muss das mehr gibt es ja nicht einfach einfach geld absammeln aber hier ist voll in ordnung das geld war das spiel bis jetzt auf jeden fall wert so jetzt haben wir dann die bildung hier oben sind wir durch so eine wünschelroute das ist die aufführgeschwindigkeit und hier rund wasserkapazität die ledereimer hammer hier könnte man die hat noch ein bisschen länger leben aber ich glaube ich brauche erstmal das auf jeden fall die mathematik die kommt ja jetzt bunker bekleidung gesundheit aber erstmal jagen ja jäger bräuchte ich eigentlich auch noch hier wird noch die geschwindigkeit erhöht ja ich bin mir noch nicht so flüssig welches jetzt erforschen soll bergbau geologie upgrade wasserpumpe noch mal geologie und immer jagen so dauert jetzt ja auch zehn minuten wie sieht's wasser technisch aus das sieht sehr gut aus nur das gebäude ist halt kaputt die ganzen gebäude sind kaputt aber ich kann ja gleich meine ingenieurs gebäude upgrade haus technisch ist jetzt eigentlich alles schick so 25 von 25 nein natürlich nicht so die farm ist fertig dann muss ich noch jemanden zu ich brauche die arbeiter beruf bitte sortieren arbeiter danke ich habe kein workaholic summer hier und ein siegler ja das passt als bei always new that nugget would rise to greatness well before their career plateaus as assistant manager or something natürlich assistant manager in der steinzeit da wohl noch ein bisschen bis ihr assistant manager sei so nahrung jama zehn mal da aber keine nahrung zum bearbeiten und hier ist auch nichts da einer alt hier ist auch nichts da oder doch sechs mal nehmen nichts da zeigt dir wie viel nahrung eine nutzpflanze am ende ihrer wachstumszyklus abgeben wird momentan fortschritt dieser menge sechs von acht ok resamt auswählen unbekannt 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 wie entdecke ich die denn muss ich da hier irgendwo ist auf die schildkröte brunnen ist ein drummerhaufen und die gerne bin ich kaputt oder gehen die kaputt da müsste jetzt irgendwo ein brunnen kaputt gegangen sein ein neuer nachbar das kann ich ja auch noch nicht dass es dann doch noch andere zivilisation gibt cool das ist natürlich klasse aggressiv ist die ooo krieg hier aber ich habe eigentlich jetzt so viel vorsprung dass ich meine heimatbasis gar nicht mehr finde also gibt es jetzt auch noch andere die den planeten bevölkerung das ist natürlich es macht das spiel etwas spannender aber ich weiß immer noch nicht wie ich die samen finden die anderen musst du hier rum gucken ich brauche die kinese wird es einfach mal geht schon wieder mit dazu ja jetzt habe ich den kaputt gemacht das wollte ich nicht theoretisch nicht ihr müsst hier noch irgendwo liegen naja ok wir gucken mal weiter ob wir was finden hier ist nichts da ist was wächst hier was das sind ja auch kräuter so hier genau was ist das denn einer von mir so weit ging es schon meine leute kann man nicht vorstellen wirklich so weit oder ist mir mal anders fun fact von fehl die die tiny little nomes operiert water pumps sind die always go on vacation during winter naja das ist mir klar dass sie mitte urlaub haben aber wir haben ja genug was her im speichern meines ist alles schick selbst dieser wasser speicher hat was also was willst du da von mir und alles gut und drei liegen noch der rest ist schon wieder verarbeitet das ist okay kein farmer anwesend ist jetzt auch schwierig zu der jahreszeit zu fahren und wieder klappt ein nacket an mich die sehen sind zugefroren wir können nicht mehr angeln 121 mal nahrung und essen ja weil ich ja mal alles hier rein geknallt und eigentlich wollte ich nur diese beiden sachen annehmen oder herrscher des mutterplaneten ist gestorben wir haben kein nieder das ist natürlich jetzt gibt es keinen bonus mehr schade aber passiert gestorben wird immer was kann man denn neues bauen die schule bildung ist immer gut wo bauen das hier oben noch mit hin ja warum hier oben schule hin da kriegen die kinder schneller verpflegung und ihr kommt schon wieder neue hütten ohne ende so winter was ist der hat durst hier ist aber wasser da neun mal hier ist neun mal da also trinken habt ihr eigentlich genug hier ist nur einmal da also brauchen die hier noch mehr zu trinken die arbeiter hier sind 24 25 das ist ja auch ein brunnen kann ja nicht 5000 brunnen bauen und wieder weihnachtsgeschenke hier ist die batterie alle dann geht auch schlafen meiner geschlafen du musst nicht die ganze zeit arbeiten ihr habt acht mal zu essen da ist 18 mal da ist passt zu weit da müsst ihr nicht den ganzen tag essen machen der friedhof ist in den letzten zügen ich brauche anscheinend wirklich noch viel mehr ingenieure so wo war jetzt der feind oder wir wissen es ja noch nicht ob es feind ist hier ist der feind aber die haben auch andere hütten aggressiv fünf nuggets ok na die werden das schon machen sie sind weit weg und wenn sie dann meine zivilisation sehen sind sie eh beeindruckt weil hier so viele leute 105 einwohner gegen fünf mal gucken bis wann die mich eingeholt haben in einer halben stunde haben sie mich einbestimmt der bau vom boden wurde abgeschlossen wir haben wieder einen neuen brunnen das ist sehr schön sind ja noch gleich abgegratet ja also alles was ich dann neu baue ist sozusagen abgegratet der kümmert sich um die verstorbenen es ist sehr gut auch die wüste ist langsam schnee bedeckt so mathematik wie lange dauert die noch noch sechs minuten wir haben erzählt dem forschungsboost nicht mehr das merkt man doch schon ein bisschen was wir auch noch nicht ein reservat upgrade ok schäbige bauarbeiten haben wirklich ein paar löcher in die hoffnung zuverlässiger wasserspeicherstrukturen zu erschaffen gerissen das aktuelle wasser reservoir macht zwar eine ordentliche arbeit aber seine strukturellen schwecken beginn seinen ruf zu schädigen du hast zwar ein paar nuggets gefunden die die lex mit ihren fegern verstopfen dies scheint jedoch nur eine schreckliche zeitverschwendung zu sein lassen sie die ingenieure über eine bessere lösung nachdenken vielleicht gibt es dann kein wassernampf mehr bei uns einfach mal ein ding drüber und deckel und pumpen von unten rein minus 10 minus 15 grad rufen klörende kälte mit mathematik dabei alles viel einfacher hat sich immer alles verletzt hat also doch mal kein problem ich helfe dir sofort denn ich bin ein lieber gott jetzt kürz lösing ende kürz aber bäumchen bräuchte ich noch mal wieder das heißt wir bauen bäumchen so und das können wir mal hier reingucken es gibt ja eh nicht alle regen wolken feuer ok elektrisch 1 2 3 elektrisieren aufforsten freundenschub kämmer 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 sturmwind tornado ne das möchte ich nicht könnte ich die anderen halt ärgern aber ach nee wir lassen sie erst mal ein bisschen wachsen dem feind er hat mir auch schon eine wasserpumpe stimmt es wird wieder frühling der schnee geht zurück also nicht frühling aber der winter lässt etwas nach so dass amorti sammer dann hier noch ein bisschen dort noch ein bisschen schnee grenze fällt oder steigt besser gesagt und die schule ist fertig wir brauchen lehrer was hat er ein knabber raum die ist immun gibt es irgendwas jemanden der schlau ist ne ne gibt es nicht ne ne die haben eine beziehung und das ist die bildung enden alles enden ja machen wir ein wirklich nur arbeitet soja ja ja wir sind alle kaputt die gebäude ich weiß ich weiß ich weiß ich weiß er hat das zahlsystem entdeckt jetzt muss er nicht mehr an mit den fingern zählt hat er endlich einen rechenschieber kann auch ein bisschen mehr als bis 10 zählen ein wenig warum gehst du nicht schlafen wenn du müde bist geht auch pen ach der glaubt an mich das sind alle die an mich glauben kriminalitätsrate die ist hoch krankenhaus macht so runter schule macht so und das boberrestaurant macht so hoch das ist ein platz wo sich viele leute dummeln da kann man halt schön einfach mal die leute beklauen die mehr haben jungs technisch schnell wachstum ist okay ingenieurs vor der blöden zweiten tier sind in der bildung der konstruktion naja jörg ist vor allem im augen tschüss kollabiert oder nicht so so schick und das hat alles hier verdreht wie um die sensoren hat ist gut es gibt eine art parker oder kein wasser was in die schule gepumpt wird warum nicht weil es wasser alles jetzt das wasser alle jetzt gibt es auch wasser jungen jungen das wasser ordentlich jetzt hier weggegangen sein ich habe zu reservat ist muss erreichen das war erstmal 12 gemacht ja wir haben gleich mal der matematik erforscht jetzt mal der matematik erforscht sofort verbessern aber dann ist klick ich muss jeder und hier verbessern dann haben wir das schon mal verdoppelt auf vier typen die reparieren sollte ich noch mehr bauen soll ich noch einbauen warum schon sechs ingenieure nur damit alles hier am leben bleibt hier oben ist ja auch nicht viel also ihr kriegt hier oben noch ingenieur hin theoretisch spreche ich auch noch ein paar brunnen und dann im park so ich baue ihn jetzt noch mal hier der ist kleiner der war jetzt das ist der große ok und das ist der kleine und hier noch ein paar kind die werden jetzt abgegratet dann klappt es auch mit dem nachbarn wie sieht es bei euch aus haben wir kunden kunde noch ein kunde brauchen auch schon noch mehr ich komme nicht hinterher das will ich eigentlich abreißen aber jetzt das hier noch hin ja so dass er waren die letzten zügen ich weiß ob solche machen hier wurde abgegratet ein zuteil ich nicht gleich im berger heute wenn ich ihn habe sondern hier schwach schwach schlecht ich nehme den berger ich kann ganz aber jetzt reparieren los legt legt los du was für den geld was ich nicht von mir kristin noch im bergerlich wo sind jetzt der knabber rohen oder wenn die knabber dann zum gourmet das nugget looks remarkably unqualifiziert nein ich habe nichts keine schlauen nuggets und warum zumal noch winter oder ob wir das nicht weg die die 50.000 geschenke die rum ihr werdet schön ausgebildet der lernt status 33 34 und sobald ich dann einen schlauen nugget habe kommt der weg der lehrer oder kommen schlauer rein fredow wird langsam bringen ist schießen kohle und wir haben kohle und so getrennt werden wird smel oder sommer schuld so hier das wächst das wächst gibt es dann acht gibt es dann auch noch mal acht da haben wir gar nichts drin der kommunikation mit hin machen hier kommt das sind der park hier kommt der andere park hin hier kommt der zweite der dritte ingenieur hin hier oben sind 1500 hütten brauchen wir hier noch ein bisschen was wasser technisch 47 prozent 0 prozent das dauert ich alles noch ewig die forschung weil die jetzt tot ist meine chefin gibt es nicht mehr den zehn prozent boost wir gucken wir mal zum gegner ob ich jetzt finde so dunkel wie das ist aber hier nicht da ist ja gut ab hier was wollte denn schönes sieben einwohner hast naja ok gut ab gut ab ist was anderes müssen nach hause wir haben wieder eine wahl wir haben wieder eine wahl das ist okay beschleunigtes studium nehmen wir das aber die verletzungsrate ist erhöht uh 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 ich ahne schlimmes hier wird gebaut da ist schon der erste verletzten wir haben noch gar nicht den effekt vorjüngen so gut dabei kannst du ein bisschen mehr machen hier haben wir nahrung dort haben wir nahrung das passt friedhof ist fast voll den müssen wir mal dann auch langsam upgraden wo hat denn den friedhof hier weil noch einen zweiten friedhof will ich eigentlich nicht bauen danach haben wir erstmal jagen dann kommt die bekleidung dann kommt das holzverkleidete reservat bis dahin habe ich hier schon 150 leute bis das alles geforscht ist hier müssen wir welche zuweisen hier sind alle nicht gebildet ne 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 sind sie nicht dann kommt hier der workaholic rein und dann haben wir noch was haben wir hier rein der faul ist kann ich hier nicht gebrauchen beim besten will nicht wenn du faul bist bist hier falsch ich brauche Leute die anpacken die wissen wollen was Sache ist und hier könnte auch mal ein bisschen mehr gehen aber anscheinend sind die gebäude wieder alle auf vordermann ich habe jetzt kein gebäude wo so ein schwarzer bild drum herum ist und die alley ist fertig ja passt nicht rein das passt nicht das ist halt schon eine lampe wir haben ja gar kein stroh was noch hier eine eisenmine wo kann ich die bauen forschung kann ich ja nicht bauen doch hier könnte ich die bauen bergbau das ist dann die gasgrube da brauche ich jetzt schon eis ich brauche eigentlich noch kein eisen für die gebäude das dauert nur fünf minuten das ist okay das dauert nur drei minuten das dauert fünf minuten und das ist auch fünf minuten das ist okay so aber ich würde sagen wir sehen uns dann in der nächsten folge bei einer neuen runde die universe die massage hat gerade den letzten schluck erhalten und das würde ich sagen es ist perfekte zeit um das spiel zu beenden bis dahin schaltet noch mal wieder ein und tschüss euer Rob bis dahin